Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eidnir. Schön, dass du eingeschalten hast. Das ist ein Zusammenschnitt aus Twitch, ja, beziehungsweise von Twitch. Und ja, da habe ich an April Fool's Day ein bisschen, ja, Apex gespielt. Da sind alle möglichen Zusammenschnitte, ein bisschen aus Rank, ein bisschen aus dem April Fool's Day selbst natürlich dabei. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn ihr das Ganze bis zum Ende durchhaltet, dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dahin. Ich kann was sagen, die werden es doch gar nicht erst tun, oder? Ah, weil die ist noch. Okay. Ein bisschen verwirrt. Immer noch was. Daher alles gut. Jetzt müssten wir eigentlich Credits bekommen. Ja, schau mal an. Wir haben sogar noch ein Läder gemacht. Das ist doch wunderschön. Kieser, Assist, genau. Und Damage, mhm. Ich habe 70 Damage gemacht. Ich bin eigentlich schon ziemlich happy. Keine Ahnung, was der jetzt gestorben ist, aber ich glaube, es ist auch nicht wirklich wichtig. Ah ja. Oh, was ist das? Eh, was? Oh, was? Was? Someone could attack the shield of a alien shield. Researching shield has killed one. No one, be brave. Irgendwie ist das hier alles gerade ein bisschen cursed. Aua. Das ist wirklich floaty, what the fuck? Okay, alles klar, das reicht mir. Okay, interessant. Sagen wir so, es war interessant jetzt. Dann aber auch wieder. Oh nö, es gibt ein Rank Reset. Nein, scheiße. He split it so half. Sie ist... No. Oh, darf ich wieder von vorne anfangen? Scheiße. I love this part! Haha! No. Haha! Haha! We are fucked! Whoa! Booty! Schroegger mit. Ich bin weg. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Ich bin weg. Ver Gerbe entriegen. Erg! Ich habe ihn mit. Okay. See you next. Ja wirklich, lass mich raten, komm, jetzt zeig's mir. Ne, nicht mal, Wahnsinn, hm, der Gäste jetzt schon mit nem ganz andern Feeling da rein, ne, genau, lauf Bitch, oh Leute, Na, 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 Ich bin der Kampfer, ich bin der Kampfer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah shit, ich hab gedacht, ich stehe vor der Tür. Ah gut, aber wir haben am zehnten gemacht. Aber trotzdem auch da, wenn man sich ein bisschen schlauer gemacht hätte, aber gut, da wär's nicht viel anders daraus gekommen, glaub ich. Wär das Ganze ein bisschen vielleicht besser gelaufen. Wenigstens nix, gerade so auffälliges Wahnsinn, ich bin fast begeistert. Mal schauen, wie viele Punkte wir bloß kriegen durch diese gesamte Anstrengung. 65, doch, wow, ich bin beeindruckt. Bin ich wirklich? Nee, nicht gedacht. Positiv überrascht, schön. Das ist alles klar, reicht genau bis zur Werbung. Also wir verlieren auch nix, weil, wie gesagt, äh... Boah, den hatte ich grad, den hatte ich grad höchst gelasert. Shit. Hey, ich hab gut gekämpft. Ja, ich hab gut gekämpft dafür, dass ich nix hatte. Aber wir verlieren eh nix, weil aus irgendeinem Grund ich irgendwie nur in zwei Teams reingemacht werde. Deine Mannheit ist schnell, nicht sicherlich. Wir verlieren. God. Lean. Gebel Quatsch konzentrieren. Ah ok, ich habe irgendwen ausblüten lassen. Interessant. Und zwar richtig schön verloren durch Dummheit. Wir geben einen guten Punkt auf. Ich hätte auch einfach oben bleiben können, dann wären sie erst recht oder nicht sterben. Das wusste ich dann wieder orientieren muss. Aber hey, wir haben Plus gemacht. Ja gut. Aber eigentlich so dumm war das gar nicht. Ohhhh. Nice. Ach, wie praktisch. Also, mein Schirm muss ja noch Glück haben. Ahhhh. Oh die Shit. So underserved, Alter. Hahahaha. Rings not too far. 45 left. Äh, but I take it. Ich sag mal so, wenn ich die Wahl habe zwischen Hardcore-Tummheit meiner Mates, außer als die hier, die sind wirklich in Ordnung, also absolut fein. Also möchte ich nicht irgendwie haten. Äh, aber was ich sonst für dumme Scheiße an Mates schon hatte, wo ich wirklich geweint habe, weil die so... Das ist halt wieder ein ganzes Squad, Alter, das da auf ihn wartet. Ja. Haha. Da tun sie ihn und Runden, Alter. Ja gut, aber we'll play. Return to Lobby. Schauen wir mal. 125 Punkte. Kann man sehen lassen. Also, wie gesagt, war eine krasse Runde. War eine krasse Runde. Nein. Ja. Den Abschluss die Mates ist. Der Drehort von der Timmelt. Pusset uns ins Kugel. Wir haben die Gier. Wir haben die Heilung. Wir haben die Klinge in der Klinge. Wir haben eine Klinge in der Klinge. Klinge auf die Klinge. Alles, was wir haben die Klinge. Okay. Sehr gut. Huch. Schade. Die wird ja auch scheinbar von der anderen, äh, hier... Ne, wird nicht angeschossen. Wieso? Hä? Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war. Ja, gut. Deal with Damage with Shotguns, ne? Ja, hm. Scheiße. Das war's nicht wahr. Ich brauche Optik für eine Pistole. Ich brauche ein Hoppup. Turbocharger. Oh. Was ist das denn gerade? Okay. Die Blöde. Ja gut. Wenn die es nicht im Leben halten können. Reloading. 45 Sekunden, bis der Ring bewegt. Unless du möchtest TAN-Line. Geh die Schmerzen! 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 Dann bin ich geschreddet worden. Hm. Ah ja, Cyber Guard 5. Wahrscheinlich die ersten 3 gebannt. Das war nix. Okay. Äh. Alles fine. Und damit dann wieder zurück. Sorry, ich hab das mit dem, ich hab das mit der Werbung voll falsch gesehen, ne? Ich habe echt gedacht, dass die Werbung noch ein bisschen hin ist. Das war eine schnelle Runde. Ja, das habe ich nie anders erwartet. Auch nicht anders erwartet. Bin ich ehrlich. Einfach nur ein bisschen noch reingehen. Ob es der in die Schnauze hält. Ich bin der in die Schnauze. Ich bin der in die Schnauze. Ich bin der in die Schnauze. Nur das! Was ist das? Lauf, 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 lauf. Ja, hatte kein, hatte keine Panzerung mehr. Egal. Ey, what the fuck, was war das für ne Runde? Das war ne sehr krasse Runde. Ja moin. Okay, nice to know. So, Rückstoß lässt dich fliegen. Okay. Du hast es bis zum Ende durchgehalten und dafür danke ich dir. Gerne bewerte das Video daumatisch in irgendeine Richtung, wo es dir gefallen hat oder nicht. Wie du gesehen hast, in Apex bin ich nicht gerade der Beste, aber ich habe trotzdem Spaß beim Zocken und ja, deswegen zocke ich das auch live. Wenn du mich mal live sehen möchtest, dann gerne an einem Montag oder Mittwoch ab 19.30 Uhr. Meistens so bis 22.00 Uhr, 22.30 Uhr so in den Schnitt rum. Wenn es dir also richtig gefällt, dann gerne mal, wie gesagt, live vorbeigucken. Ich kann auch sein, dass man an einem anderen Tag mal streame, dann würde ich das auf Twitter ankündigen. Wenn du dort nicht drauf bist, was ich vollkommen nachvollziehen kann, dann würde ich dir raten, einfach bei mir auf Twitch vorbeizuschauen und dort ein Follow da zu lassen, mit der Lockhead zu aktivieren. Denn dann wirst du direkt benachrichtigt, wenn ich live gehe. Das hilft dir nicht nur, sondern auch mir. Sehr schön. Dann war das schon mal geklärt. Und wenn du ansonsten ja vielleicht auch noch andere Spiele interessiert bist, also Overwatch oder vielleicht auch Halo zum Beispiel. Die stream ich dann auch an diesen Tagen. Dann ja, kannst du natürlich dann gerne auch mal mit rein folgen. Ansonsten schaust du dir einfach die anderen Videos an, die dir dann bestimmt irgendwann noch vorgeschlagen werden. Wenn denn meine ganzen Outtakes vorbei sind, denn die habe ich auch noch für dich. Und holy shit, heute war Cursed. Deswegen, ich bedanke mich und viel Spaß mit den Outtakes. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschaußen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eidnir. Schön, dass du eingeschalten hast. Hier ein kleiner Zusammenschnitt aus Apex Legends. Ja, mit ganz vielen verschiedenen Highlights. Ich denke, das könnte ganz witzig sein. Wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Bis dahin. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Zusammenschnitt von einem Twitch-Livestream von mir, Eidnir. Hallo und herzlich willkommen zu... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eidnir... Holy shit. Was ist heute los? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen... Alter. Ich mache diese Outtakes nicht irgendwie einfach so, weil ich Lust drauf habe, sondern das ist ja mehr Arbeit, Freunde. Das ist mehr Arbeit. Okay? Ich weiß nicht, was heute los ist. Kacke. Es ist heute irgendwas los in meinem Kopf, glaube ich. Mein Sprachdurchfall. Jesus. Wenn ihr sowas kennt, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Keine Ahnung. Okay, jetzt aber wirklich. Ja, komm. Reiß dich zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eidnir. Schön, dass du eingeschalten hast. Das ist ein Twitch-Zusammen-Stream. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen... Mann! Schaffste! Mein Kopf! Ah! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eidnir. Schön, dass du eingeschalten hast. Und herzlich willkommen zu diesem... Ja, Zusammenschnitt. Habe ich das doppelt gesagt? Ich habe das doppelt gesagt. Alter. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eidnir. Schön, dass du eingeschalten hast. Das ist ein Zusammenschnitt aus Twitch. Ja. Alter. Nein. Es ist... Monkey, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eidnir. Schön, dass du eingeschalten hast. Heute schauen wir uns einen Livestream an, beziehungsweise, nein, machen wir nicht. Hilfe. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Wortfindungsstörungen. Part 15, Alter. Scheiße. Okay. Tja, du hast es bis zum Ende geschafft und herzlichen Dank dafür, würde ich mal sagen. Wenn dir das Ganze gefällt, gerne daumatisch bewerten. Wenn es dir richtig gefällt und du weitere Videos sehen möchtest, dann gerne auch einfach mal auf den Abo-Knopf draufdrücken. Dann wirst du nämlich zukünftig benachrichtigt, wenn ich live gehen sollte. Oder beziehungsweise nicht, wenn ich live gehen sollte, aber wenn ich zumindest ein Video hollade. Ja, du hast es bis zum Ende geschafft und damit herzlichen Dank. Wir sehen uns bestimmt nochmal in einem... Und du hast es bis zum Ende des Videos geschafft. Und ich bedanke mich dafür vielmals. Denn wenn es das Ganze noch ganz... Schrecklich. Und du hast es geschafft, bis zum Ende durchzuhalten. Meinen herzlichen Glückwunsch. Und dann das Ganze daumatisch bewerten, wäre richtig fantastisch. Und ja, ansonsten gerne auch mal kommentieren und verteilen an Freunde. Was weiß ich? Alter, warum habe ich denn heute so viele Probleme? Ey, das ist ein Durchfall. Durchfall noch und nöcher. Okay. Hör auf, über Fäkalien zu sprechen und mach einfach deine Abmord. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen... Nein, ich will meine Abmord machen. Mann!